Hallo, also wir haben jetzt heute hier mit Kompass Adventure eine Tour gemacht, eine Quad-Tour. Die war ganz toll. Die Quad sind super tolles Material. Also die sind auf dem neuesten Stand. Die Gegend hier ist ganz toll und hier oben auf dem Berg was zu sehen, was man sonst nicht sieht, halt eben, ist ganz, ganz prima. Mit perfektem Guide. Ein super Tag gehabt. Auch für Kinder ein Problem. Also kein Problem. Man sitzt super auf dem Quad. Genau. Das ist echt toll. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Danke.